Als der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, und jetzt verstehen wir, was Spaß ist in der Sunnah. Auch der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, hat Spaß gemacht. Es heißt in der Überlieferung bei At-Tirmidhi, es kam eine alte Frau und sie sagte, Ja, Rasulallah, oh Gesandte Allah, bitte Allah darum, dass er mich das Paradies betreten lässt. Er sagte, oh Mutter von so und so, das Paradies wird niemals von einer alten Frau betreten. Was denkt ihr, wie war das Verhalten der Frau? So ging sie und hat bitterlich geweint. Dann sagte der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, benachrichtigt diese alte Frau, sie wird als junge Frau in das Paradies hereingehen und nicht als alte Frau. Schauen wir mal, was Spaß ist, aber das ist ernst. Er hat nicht gelogen, sallallahu alaihi wa sallam. Wie viele von uns machen heute Spaß und sie lügen dabei. Und es gibt eine strenge Warnung vom Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Er sagte, weil, weil, weil bedeutet wehe. Und das ist mit einer Strafe verbunden, dass wenn wir beim Spaßen nur lügen, beim Spaßen lügen, um wen zum Lachen zu bringen, diejenigen, die mit uns sind. Das ist übel, liebe Geschwister. Diese Überlieferung ist bei At-Tirmidiyu und Sheikh al-Albani, rahimu Allah ta'ala, hat sie in As-Sahihah als Sahih klassifiziert. Und das ist mit einer Strafe verbunden, die sie in As-Sahihah als Sahih klassifiziert. Was weiße einer Strafe verbunden, die sie in As-Sahihah als Sahih yapmış ist. Und sie ist amatel. das eine Kaffee befasst darf.